Größter Dreck gestern wurde einfach mit Pfefferspray gesprüht. Gab ja nur 80 Verletzte. Meine Noten sind mies, darf nicht so rein scheißen. Ich brauch meinen Abschluss an der Wilhelm Keisen. Größte Ghetto-Schule, ja. Ich grüße meinen Onkel Jarak, 201. Janik hat Waller gute Präsi gemacht. Naja, ganz gute Schule, Lell. Kecks. Hab keine Klassenlehrer, LMAO. Die Schule ist schlimm, wurde suspendiert, weil ich meine Cap anhatte.